Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge, The Binding of Isaac Repentance. Wir werden heute reingehen in ein neues Abenteuer mit... Mit... Weiß ich nicht, mit wem denn? Keine Ahnung. Wollen wir mal Judas ausprobieren? Mir fehlen da ja noch paar. Okay, dann hab ich schon den... Oh ja. Samson fehlt mir noch, Judas... Okay, gehen wir mal mit... Judas rein und versuchen, Tante Judas freizuspielen. Curse of the... Amazing. Okay, okay. Okay. So. Okay. Komm, zünden wir einfach mal. So, ja. Ja, 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 ja. Einfach mal schauen, ne? Einfach mal rein hier schauen und... Okay. Eine Bombe also, hm? Cool. Ich glaub' ja, da ist was, aber... Vorsicht, ihr habt ihr hier auf der Beobachtungsliste. Blömmel. Gut. Gut. Bombe. Oh. Ne, Moment. 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 Ich möcht' mich nicht beschweren, aber das war überflüssig. Warte mal, ich kann keinen HP Down bekommen, ne? Ja, ein bisschen langsam, aber... Oh, nice. Nice. Ist ja super. So. Danke sehr. Bombe. Rockbottom. Fast. Ja, nein. Hm. 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 Ja, bleib chillig. Wir versuchen's so. Wer ist es? Ach so. Das geht sogar. Das ist annehmbar. So, wer hat Hugh? Wir brauchen einen HP ab, bitte. Damit ich mir noch ein paar Münzen stibitzen kann. Das ist kein HP Up. Ah, Chariot. Ja, das ist okay. Wenigstens etwas. Hallo? Hm. A family orbit want... Leck mich. Was kann das? Shot Speed Up. Das ist gut. Das ist sehr gut. Yeah. Geile Nummer. Okay, let's go. Bin ich mal eine gute erste Ebene, ne? Putz, 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 putz. Boah, sind die langsam, die Gegner. Oh, pH-Dizzle. Hm. Klündern wir dafür? Ja, komm. Reicht es? Äh. Äh. So, 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 so. Oh. Diese Kiste. Es wird ja jetzt wohl irgendwo noch ein Zentrum fliegen, oder? Ja, wollte ich... Ne, gerade sagen hier. Äh, weiß ich nicht. Ist es hier? Nein. Hm. Äh, äh, äh. Ich hätte es nicht mitnehmen sollen. Also, Rainbow Tears. Bam, bam. Sehr gut. Schlüssel. Gut. Hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm. Do, 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 do. Hmm, 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 hmm. Ich habe keine Bombe, okay, sonst wäre ich da jetzt reingegangen. Haben wir eine... Ist sowieso, also... Bisschen los. Natürlich ein Champion-Gegner. Na klar. Oh, vorsichtig. Vorsichtig. Okay, wenn ich einen Schlüssel finde, geht der auf jeden Fall hier in die goldene Kürste. Dann brauche ich auch gar nicht überlegen. Wow. Oder wir kriegen gar nichts. Oh, das ist nice. Okay. Okay. All righty. Komm schon. Was ist denn das hier? Ach, schlecht ist das. Ja, genau. Da habe ich wieder einen Brüller gebracht, ey. Tears up. Sehr gut. Oh, Balls of Steel. Wichtig. Ach, nicht du. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Nein, ey. Geil. Godhead, Alter. Mmh. Dismoggy. Und alle so, äh, Godhead ist voll schlecht geworden. Oh. Geilo. 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 Neee. Neee. Geil, Gotthead, Alter. Oh ja. Du, du. Ups. Oh, das war dumm. Oh, war das dumm. Das finde ich gut. Habe ich eigentlich schon... Ja? 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 Was ist das? ich weiß nicht ob ich schon ein okay wir müssen das müssen wir einmal machen so so hier ist vorsicht sehr gut hier noch nicht ja ok ok key pieces gesichert oh das ist dumm ach danke 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 das gibt es nicht wir müssen doch irgendwo mal schalüssel auftauchen ok ist ja schön lock up aber ich könnte ich hätte gerne ein schlüssel ich hätte morgen lagi und Das kann ja nicht sein. Hör mit. Fast. Seit wann? Ist das schon immer so? So, jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell. Das wird gut. Vertraut mir. Und ist es wieder voll. Okay. Habt es gesehen? Heunlich war aber schön mit euch. So, tschüss. Tschüss. Ah, jetzt brauche ich wieder eine Bombe, ne? Immer dasselbe mit euch. Okay, das ist gut. Entschuldigung, das muss hier ein bisschen schneller gehen, ne? So. Gut. Seht ihr, seht ihr, seht ihr, wie gut das ist? Und das war gut. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Aber wieder kein, äh, Angel-Deal. Schade. Was haben wir hier? Müll. Ach so, da sind aber welche. Ja, ja. Ja, sorry. Wollt euch nicht übersehen. Der, 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 der. Tata und tata. Ja, genau da hin. Sehr gut. 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 Hm. Okay. Ja, doch. Doch, ja. Teils, teils. Ja, warum nicht? Ich will ja nicht sagen, äh, ich, ah, ich will ja nicht sagen, aber, ähm, Das smells like Gewinn, for me. Oh. Wir gehen mal eben kurz so. Wir gewonnen sozusagen. Ne, ne, ne. Nerd-Shooting bitte? Ja. Something's wrong. Doo-doo-doo-doo. Doo-doo-doo. Wow. So, machen wir. Nein, okay. Hier bekommt's passive items. Oh, lol. Oh, lol. Jetzt krieg ich die Membership-Card. Okay. Was haben wir denn hier? Nichts. Nichts. Ist das ein Joke hier? Oh. Dankeschön. Ach, komm. Gibt. Wir gehen rein. Wir gehen rein. RIP. Ey. Hallo. Hallo. How can you have spent our savings? Okay Gemeinheit He's self-destructive and disturbed just like his father Look at who he has to look up to And you're drunk again Shut up Shut up Just keep pushing me like this I'm leaving Good, leave We'll be fine without you Abandon us like you abandoned yourself Hmm Okay Yep, good Ich darf nicht Aber das ist so stark, ne? Das ist so stark, ey Hass Hass So Aber gut Jetzt ist es halt soweit Können wir auch nichts mehr machen Schade, schade Jetzt hab ich nicht mal mehr einen Schlüssel Na klar Ne Fühl ich nicht Balls of Steel Klar Hab ich Hm Dann würde ich sagen Lassen wir das gute Stück mal in die Luft springen Und Ja Ist nichts Besönes Aber ist okay Du 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 Oi Du 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 ducean Ja, 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 ja Stehe ich Münzen Ja, sehr gut Ja, sehr gut Aha. Bombs, Akis? Nö. Nö. Aber ich hätte ja noch zu gern Rockbottom gehabt, ne? Nein. Warte mal, da war eine Kiste. Ich dachte, da wäre nur... Ach so. Schon gut. Falscher Alarm. Ja gut, der ist natürlich dumm, aber halb so wild. Gut, gut, gut. Ah-ha. Ach. 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 Where are you going? Wait! We need you! Your son needs you! I need you more. We just can't do this anymore. Please, please don't leave us! Go outside. Ich war doch gestern erst outside, Alter. Dann brauchen wir auch nicht übertreiben, ne? Ja, dann würde ich mal sagen, let's go. Wir gehen rein. Ja. Ja! Nice! Was haben wir hier? Damage! Und? Ja! 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 Die hey also ich will nicht sagen aber ich will ja nichts sagen aber ja so lass uns mal hier den kollegen die range absurde ruf oder das gibt's das ist der marsch hey du 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 ich glaube wir haben es gleich aber ich bin manchmal echt erschrocken wie niedrig doch der damage ist wenn man denkt oh ja der haut jetzt richtig krass rein ist das manchmal so lala ja das weh sorry au das stimmt ich habe Webhits gut dann würde ich sagen eine weitere Folge ist im Kasten sauber und auch noch erfolgreich abgeschlossen dann sage ich erst einmal danke fürs Zuschauen wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder wenn es wieder heißt bis dahin habt eine schöne Zeit gehabt euch wohl und ciao ciao